Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. So, wir haben alles dafür getan, um deutscher Meister zu werden. Wir sind Gott sei Dank einst toller, zweiter Pizzemeister geworden. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sind stolz um euch. Und ihr, jetzt kommt es. Ihr könnt schon auf die Macho sein. Hey, jetzt ist es Feuer.